Krass Klassenfahrt Trailer auf KlassKrassenfahrt 7, der Trailer ist da, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Kommentare auf jeden Fall wild. Ja, Digga, schauen wir mal ganz kurz, meine Freunde, was wir uns da so erwarten. Krass Klassenfahrt ist eine Comedy-Serie von uns YouTubern produziert. Wir parodieren dabei diverse Trash-TV-Sendungen, aber selbstverständlich handelt es sich dabei um eine echte Schulklasse, die echt auf Klassenfahrt fährt. Natürlich, Digga, ganz klar. Safe. Ist doch logisch. Du hast ziemlich Dreck am Stecken. Du riederst mich an. Steckst so tief in der Scheiße, so tief. Die meisten Täter sind Psychopathen, haben einen an der Klatsche. Ich bin Mr. Grumble. Ich bin Mr. Grumble. Lass mich in Ruhe. Ich bin Mr. Grumble. Nein, ich bin Mr. Grumble. Ich bin Mr. Grumble. Oh mein Gott. Was wird alles passieren? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Krass! Wollt ihr halt so ein Porno drehen? Dein Glückssack. So geil, dass die da beiden dabei sind. Wer könnte mein Leben verändern? Denkt ihr, ich sollte auch noch den BH ausziehen? Auf keinen Fall. Oh mein Gott. Was macht dieser Bastard da? Ey. Schön, dass du da bist. Ich liebe dich. Tinti, ey. Ich mein Tesla. Das ist unser Klassenhaus. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich bin der wichsende Boss. Und was willst du jetzt hier? Der wichsende Boss? Du hast gar nichts zu sagen. Ich lege dich auch noch flach. Es wird jetzt wild, so wie im Sexfilm. Ich finde es sowas von heiß, wenn du mir in meine Po-Bahn knallst. Oh ja. Was macht der da mit Frau Bra? Vielleicht können wir uns erst ein bisschen ausziehen einfach. Ich prüge in die Scheiß-Bahn. Es ist groß jetzt abendlich. Papa, schlag mich einfach bitte. Frauen wie Schmutz behandeln. Und das ist, und das ist, meine Freunde, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage, Frauen wie Schmutz behandeln. Da hat jemand viele Monster-Streams geguckt. Den hab ich getötet. Boah, das ist eine geile Sau, Alter. Wirklich absolut, absolut gut aussehen, dieser Schauspieler. Frau Bra! Ich komme. Hier, ist genug Platz für einen von uns beiden. Aber nicht für uns beide. Hast du das verstanden? Oh, scheiße. Oh, Mr. Grumble. Er will mich einfach systematisch fertig machen. Oh, scheiße, Alter. Weißt du, was für ein Bitch du bist? Der verbisst dich! Oh, Kacke. Nein, was passiert denn alles? Ach, du Scheiße. Digga, da. Hol sie dir. Denkst du, ich hab wirklich eine Scheiße? Wie eine Wildkatze. Miau? Das wird wirklich, wirklich insane spannend, Leute. Da hab ich auf jeden Fall gar keinen Bock mehr, das reinzuziehen. Sparen wir uns an der Stelle komplett, oder? Natürlich nicht. Wir schauen rein. Wir schauen mal rein.